Die Paleo-Diät, auch als steinzeitliche Ernährung bekannt, bietet verschiedene Vorteile für die Gesundheit. Durch den Fokus auf natürliche, unverarbeitete Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch wird der Körper mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Diese Ernährungsweise kann zur Gewichtsabnahme beitragen, da sie in der Regel arm an Zucker und Kohlenhydraten ist und somit den Blutzuckerspiegel stabilisiert. Zudem wird durch den Verzicht auf industriell verarbeitete Lebensmittel und Zusatzstoffe das Risiko von Entzündungen im Körper reduziert. Die Paleo-Diät betont die Bedeutung von hochwertigen Proteinen und gesunden Fetten, was zu einer langanhaltenden Sättigung führen kann. Durch den Verzehr von ausgewählten Lebensmitteln wird das Immunsystem gestärkt und die Darmgesundheit gefördert.